Bergbau Akademie Haus Wir begrüßen Sie in der Bergbau Akademie Haus. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gab es in Spanien und auch in den Werkwerken von Almaden mehrere Umstände, die zur Gründung der ersten Bergbauingenieurschule in diesem Land und der vierten weltweit führten. Der erste dieser Umstände ist der Zustand der Stilllegung der Miene aufgrund der aufeinanderfolgenden Pachtverträge und des mangelnden Erfolgs der vom Staat getätigten Investitionen, was zu einem Rückgang der Produktion und einem Anstieg der Kosten führte. Die zweite dieser Umstände sind die neuen Erneuerungsfantasien der Aufklärung in Europa, die sich in Spanien ausbreiten, wobei die Lehre des Bergbaus eine wichtige Rolle spielen wird, gefördert durch die zahlreichen Besuche von Experten aus anderen Ländern zur Beratung und Implementierung neuer Bergbautechniken, die die Ausbeutung der Minen verbessern. Die spanische Krone, die sich der Bedeutung dieser Minen für ihre Einnahmen bewusst war, schlug per königlichen Dekret vom 14. Juli 1777 die Gründung der ersten Schule für die Lehre des Bergbaus in Spanien vor und ernannte Cristóbal Stöhr zum Leiter dieser Schule sowie zum Direktor der Minen von Almaden. Nach seiner Gründung war es notwendig, einen Ort zu bauen, um die Studenten unterzubringen, die von der königlichen Schatzkammer pensioniert wurden. Dieses Gebäude wurde 1785 eingeweiht und ist als Akademie bekannt. Es ist ein rechtstärkiges Gebäude mit der größten Seite seiner Fassade. Auf der Rückseite hat es einen großen Gartenhof. Es hat zwei Etagen zur Straße und zwei Keller auf der Rückseite, aufgrund der Unübenheiten des Grundstücks. Sein größtes Interesse liegt in der Fassade und speziell in der Tür und dem oberen Balkon mit einem Schild auf der Spitze. Bis auf die Front, die aus Stein besteht, ist der Rest verputzt und gepolstert, ausgeführt. Die Unterrichtsfächer waren zunächst Untergrundgeometrie und Mineralogie. Das Lehrregime anhelte dem der Militäringenieure, sodass sie während ihrer Ausbildung den Rang von Kadetten eines Kronregiments in Neu-Spanien, Mexiko, erlangten. In ihrem Klassenzimmer verkehrten Persönlichkeiten von der Statue eines Fausto de Lujar, Entdecker des Wolframs, und Andrés Manuel del Rio, dem die Entdeckung des Banadiums zu verdanken ist. Im Jahr 1835 wurde die Bergbauakademie nach Madrid verlegt, wo die Spezialschule für Bergbauingenieure gegründet wurde. Die primitive Schule verlor ihre ursprüngliche Funktion und wurde zur praktischen Bergbauschule Escuela Praktica de Minería, die im Jahr 1841 zur ersten Schule für Minenarbeiter des Landes wurde. In der Weihnachtszeit 1973 wechselte die 200-jährige Schule für Bergbau ihren Standort an den heutigen Standort der Schule für Bergbau- und Wirtschaftsingenieurwesen. Nun verlassen wir diesen Ort, aber Sie können weiterhin mehr Geschichten von Almaden erfahren, in denen Sie zum nächsten Punkt von Interesse gehen. Wiedersehen. diez